Kennst du Römer 8, Vers 14? Das ist eine sehr bekannte Bibelstelle. Da heißt es, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Das Wort treiben ist ja irgendwie negativ belastet, nicht wahr? Das hat sowas mit Antreiben zu tun oder Viehtrieb oder sowas. Wir möchten nicht gerne angetrieben werden. Was bedeutet das? Ein Bild, was dir hilft, diese Sache zu verstehen, was der Heilige Geist in unserem Leben tun will, ist, wenn du dir vorstellst, wie das mit einem Segelschiff ist. Ein Segelschiff in früheren Zeiten liegt in einem sicheren Hafen. Und wenn auf dem Meer Flaute ist, dann macht es keinen Sinn, irgendwas zu tun, sondern man kann im Hafen liegen bleiben, weil man wird nicht vom Fleck kommen. Aber wenn Wind aufkommt, dann muss man auf dem Hafen raus, muss aufs offene Meer, muss die Segel setzen und dann kommt der Wind, fährt in die Segel und er treibt das Schiff vorwärts. Und dieses Bild ist wirklich sehr interessant, weil wenn das Schiff im Hafen liegen bleibt, dann kann draußen der tollste Wind sein überhaupt. Es wird nichts passieren. Wir müssen mit unserem Glaubensschiffchen aufs Meer hinausfahren und die Segel setzen. Weißt du, das müssen wir tun. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, nein, alles soll der Herr tun, alles soll der Heilige Geist tun, ich mache gar nichts. Das funktioniert so nicht. Du musst auch etwas tun. Du musst ein paar Schritte losgehen, damit der Wind kommen kann. Du musst das Schiff, das ist mühsame Arbeit, aus dem Hafen raus rudern. Weil im Hafen funktioniert das mit dem Wind nicht. Du musst aufs offene Wasser. Und dort musst du die Mühe dir machen und die Segel hissen. Und dann erst kann der Wind deine Segel füllen und voranbringen. Du musst etwas tun. Du musst aktiv sein. Und hier geht es um dieses interessante Zusammenspiel zwischen dem, was muss ich tun und was wird Gott dann tun. Weißt du, wenn du nicht aktiv wirst, wird nichts passieren. Und wenn wir irgendwas machen und Gott ist nicht dabei, dann wird es auch nicht viel bringen. Beides muss zusammenkommen. Ganz Gottes wirken, aber auch ganz unser wirken. Beide müssen zu 100% zusammenkommen. Dann wird das Reich Gottes gebaut. Ich lade dich ein. Hab Acht auf den Wind. Und wenn du merkst, der Wind Gottes ist da, dann geh raus. Ruder dein Schiff hinaus. Setz die Segel, auch wenn das Arbeit ist. Und lass zu, dass der Geist Gottes dein Schiff vorantreibt, dorthin, wo er will. Weißt du, die Bibel spricht vom Heiligen Geist als vom Wind. In Johannes heißt es, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Das heißt, der Wind ist da. Aber du musst dein Segel setzen und zulassen, dass er das tut in deinem Leben, was nur er tun kann und was er in deinem Leben tun möchte. Ich glaube, wenn du wirklich mit Freude dir die Arbeit machst, deine Segel zu setzen, dass Gott viel, viel mehr für dich hat. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!